Yo Freunde, kurz vorab, ich möchte euch kurz eine Info geben, bevor jetzt hier das Video startet. Nils und ich machen wieder eine Backlipass-Verlosung für Season 5 an euch. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist einfach, das Video hier zu liken, den Kanal zu abonnieren, Glocke auf alle Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann werden wir wahrscheinlich im Stream das Ganze verlosen. Und wenn nicht, dann schreiben wir euch per Instagram an, deswegen schreibt auch am besten noch euren Insta-Namen in die Kommentare, damit wir euch darüber kontaktieren können, wer dann den Battle Pass gewonnen hat. Und ansonsten, Leute, würde ich jetzt einfach sagen, viel Spaß mit euch. Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem neuen Asport-Kanal, heute mit einem neuen Challenge-Video. Mit dabei ist mal wieder Nils. Ja, Leute, wir sind wieder auf Haus-Party, weil Nils sein Headset ja immer noch kaputt ist. Deswegen ist dieser Balken an der Seite, also bitte nicht darüber aufregen. Heute mit der One-House-Challenge, sage ich schon. Heute mit der One-Enemy-Challenge, heißt, wir dürfen einen Gegner töten und wir müssen dann die ganze Zeit nur mit dem Loot dieses Gegners spielen. Wenn es ein Bot ist, der dann nur eine Pistol hat, ja, dann ist das natürlich scheiße, aber dann dürfen wir halt nur mit der Pistol spielen. Und da versuchen wir natürlich dann wieder mit dem Win zu holen. Wir haben ja die ganzen Waffenstufen schon durch, von normal bis legendär. Mütig. Äh, mütig, ja. Haben wir ja damals alles in Season 2 noch gemacht, Leute. Und ja, gerade eben dachten wir uns dann halt einfach random, lass mal wieder was Neues aufnehmen. Apropos, Leute, ich wollte euch noch daran erinnern, wir haben ja demnächst, am 1. Dezember ist der Live-Event von der Season jetzt hier. Da ist ja auch direkt am Season-Ende. Eigentlich wollte ich mit Nils streamen, aber da der nicht da ist, beziehungsweise da er am nächsten Tag eine Arbeit schreibt, weil das Datum ja der absolute Abfuck ist, weil das ja an einem Dienstag ist. Ähm, ja, werde ich das dann als Video aufnehmen und wir werden das nicht streamen, so wie es beim Season 2 Event halt damals auch war. Also, ich hoffe, das ist euch, äh, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber, ja. So, Nils, denk dran, ne, wir dürfen jetzt so lange normale Waffen mitnehmen, bis wir einen Gegner getötet haben. Ja, wenn ich einen Bot sehe, Digga, dann gehe ich einfach gar nicht mehr hin. Dann laufe ich einfach weg, Alter. Am Ende hat der eine SCAR. Einfach gar keine Gegner töten, Junge. No Kill Challenge. No Kill, One Win Challenge. Oh Gott. Ja, du bringst mich gerade auf eine Idee. Hält's Maul. Ich hab Biggie. Nimm dir die. Ich hab Biggie. Ich sag noch extra, ich hab Biggie und der werft auf mich drauf. Ja, Digga, was bringt's, wenn ich den Midi gebe? Hast du Wopki und trotzdem zu gehen? Wo willst du hin? Wir sind nämlich Starkoboter. Vielleicht war da noch keiner. Ja, lass hingehen. Ich hol mir gerade das Zeug da hinten und dann komme ich. Starkoboter wirst du wohl alleine besiegt bekommen. Also, dass du ein Lappen bist, weiß ich, aber dass du so ein Lappen bist, da eher weniger. Naja, aber du weißt, die Dinger manchmal drauf sind. Gerade wenn sie so jemanden wie dich sehen, ne? Ja, so eine Goldbanane. Vor allem, Nils, ich hab heute alleine wieder sechs Folgen Spiderman vorproduziert, Junge. Wenn man Langeweile hat und nichts zu tun hat. Das stimmt. Guck mal, ob das Boot hier vorne da ist. Digga, wieso laggt mein Game grad so? Ja, alles klar. Mein Game laggt grad voll, Digga. Ja, er hat die Chili nicht gefressen, wenn man ein Spiel so laggt. Was geht hier grad ab? Ja, du musst den Loot jetzt von dem benutzen. Denk dran. Oh, liebend gerne. Fisch. Ich brauch den Fisch. Hallo. Ich hab weniger Leben. Aber Heilung dürfen wir mitnehmen, oder? Ja. Wir dürfen auch behalten. Ja, von mir aus. Heilung ist ja keine Waffe. Ja, das hab ich wichtig gefunden. Ich hab's Bay-Sheet. Ich hab jetzt einfach nur Spaß, Alter. Ja, und hast du die Dinges mitgenommen von dem, die Burst? Weil du musst ja alles von dem ist die ganze Zeit spielen, ne? So, einfach gar, einfach gar kein Gleiter öffnen, ach so. Danke, Spiel. Komm mal her. Ich spreche, jetzt warte. Warte mal, ich bin full life, what the fuck, woher? Ich hab dich vielleicht auch achten, ich hab hier mal so gesplasht. Ähm. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich da drauf geachtet hab. Ach nee, wir dürfen doch keine Kästen mitnehmen, wie Dinger, ne? Du nicht, ich ja. Ich hab noch keinen Gegner getötet, ich darf. Du nimmst das Würst nicht, Junge. Du kannst schön da... Ja, Digga, treff mich, dann kommst du nicht, du Bastard, Mann. Ist aber absolut One-Shot. 34er Wides. Hab ihn. Der Mate ist wieder da. Der Mate kommt. 50er Wides. Niesig Liebe, das Spiel. Tot. Was machst du denn? Oh, da ist doch ein Rift nach vorne Ne jetzt, ich liebe das Spiel, ich hab ne Ska Einen Raketenwerfer, einen goldenen Warte, was? Du hast keine Pulsnets mehr, ne? Ne, ich muss die ja droppen Nein, ich darf die so machen Lass direkt im Rift Ach, Digga Hä, Matke, darfst du mitnehmen? Echt? Ja, ist doch Heilung Ja, okay, einen Puls kannst du aber auch eigentlich mitnehmen Bei dem Puls ist ja eigentlich kein Gegner, keine Waffe Der ist, der ist ein Gegner Hast du einen Sniper? Ne, ne? Ich hab einen Raketenwerfer Der ist hier unten Ah Ach, Digga Ja Umhantet der mich so, Digga, was willst du von mir? Der hantet dich, Digga, die sind beide bei mir Ja, jetzt Da ist er ein bisschen zugegangen Einer ist Stark, Digga Da ist er Da ist er Da ist er Da ist er Leider meine Munition ne? Da ist väldigt leid He b problem Leider meine Munition ne? .... Ich sag aber nicht warum er kein Doomans langer töten kann für die Aufgabe ne? Ooooooi, ja! Okay! Ich bin tot Du bist tot? Ich hab nur ne Pistol. Und der Kopf mich pushen. Deil. Finich, 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 Finich. Auto. Der liegt da, der liegt da, Finich. Der heilt ihn, der heilt den, der heilt den da. Komm Junge. Wenn du die jetzt holst, Digga, ich lache. Kann ich bauen. Ghost hits. Ah, hier ist der andere. Hallo. Du kostest meine Wall nicht, Digga, ich hab Zula Ping. Ich hab nur 28 AP. 18, 16, 14. Egal, ich geh direkt zum Bus, dann könntest du mich reviven. Die Legende ist da, heißt der Typ. Und ich hab ihn mit ner Pistol geholt. Er will den heilen. Er heilt. Hinter dir. Hä? Komm schon. Hä? Genau so hat er mich eben gehittet. Ja Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. So Freunde, willkommen in der nächsten Runde. Nils, wohin? Boah, dieser Bus ist so hässlich. Ich fühl, ich feier ihn langsam, muss ich wirklich sagen. Ich hab mich dran gewöhnt, jeden Tag einfach 6 Folgen von Spider-Man vorzuproduzieren. Wie ist das Spiel durchlaust? Vor allem... Mein Gleiter ist kaputt, Digga. Mein Gleiter ist kaputt, aha, dankeschön. Weil vor allem, ich denk, ich guck heute so... Weiß nicht, ich guck mir heute so Spider-Man, meins Morales an, wegen... Ich will ja vor... Und guck, ob ich das irgendwie vorbestellen kann schonmal. Vor allem denk ich mir so, hm... Du könntest ja noch weiter vorproduzieren. Hass, ich hab da irgendwie grad voll Bock drauf. Na ja... Kein Plan warum, aber ich hab grad irgendwie voll Bock drauf Spider-Man-Videos zu machen. Tja, und Lego Star Wars wird ja auch letzt... Let's Played noch, Nils, ne? Hab ich mir gedacht, vielleicht hol ich dich dann zu mir. Du nimmst... Du nimmst dann auch deinen PS5-Controller mit, wenn du dir bis dahin einen geholt hast. Und dann machen wir Duo-Let's Play. Ja, ich werd meine holen. Die... Nächstes Jahr kommt endlich. Du hast dieses Jahr keiner mehr bekommen. Hm... Doch. Hm... Hat... 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 Wege-Hit's? Was ist das für ein Licht, Junge? Das war eh wie gut ist... Das ist mir grad zum, das fällt mir grad zum ersten Mal aus. Das ist aber nicht seit immer. Das ist aber nicht so genau. Wir haben jetzt beide einen Punk an. Viel Spaß, bist eh tot. Wow. So Leute, da sind wir wieder. Ich hoffe mal die Runde wird jetzt besser. Wahrscheinlich sowieso nicht. Och ne, den Bot töte ich nicht. Tschüss. Den Bot töte ich sicherlich nicht. Verpiss dich Junge. Hör auf mir hinterher zu laufen. Aber hier ist auch noch einer an Cassie Corner, ne? Viel Spaß. Ja, ich weiß. Er ist sogar direkt vor meiner Fresse. Man, die Drecksteile verfolgen mich. Aaaaaaah! Hilfe! Hilf mir! Mir laufen zwei Bots hinterher. Scheißegal. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ich lock die zu dir Junge. Hilfe! Piss dich! ... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Wahrscheinlich treffen die dich oder? Er ist da. Piss dich! He-he-he-he-he! Abstand! Ich bleibe eine Frau! Abstand! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Minus 60 einer. Hallo. Ich weiß nicht mehr wo ich bin glaube ich. Ah doch! Hilfe! Natürlich hört jetzt die Chili auf. Ja ich hab noch einen aber ja. One hit, one hit, one hit. Willst du hin? Ja. Ich hab sie mit Glühwürmchen Digga. Das war wieder sehr stark von mir. Kap 1. Ich bin runtergefallen. Ist auch Mist. One hit, one hit, one hit. Hallo? Was ist denn da? Loot den doch nicht. Ja ich muss aber mit den Waffen von ihm spielen. Ja wie lange lootest du den denn? Ich hab mich noch geheilt. Maaan! Wo ist der denn? Hab ihn. Ja ich muss jetzt hier weg, ne? Ja dann schwimm doch. Ich weiß. Warum schwimmst du nicht einfach? Das Ding ist schneller wie ich? Ja. Willst du mich verarschen? Junge du hast den weitesten Weg in die Zone. Lass mich hier rein Junge. Nein. Ja das Ding hat aber grad auf irgendwas geschossen. Ja auf dich. Da musst du mit Pistil kämpfen, ne? Es sei denn du findest ne gute Waffe dafür. Ja lass doch rein da auch. Digga. Hä? Da. Ja. Ja danke. Junge du hast die Waffen schon, Alter. Du darfst ja auch nicht mal mitnehmen, ne? Das Ding zählt übrigens auch als Gegner, ne? Ja das. Wir sind super Ticks gerade. Hä? Es ist tot. Okay 2er Ticks warte. Wieso ist es auf einmal gestorben? Haben wir es bekommen, oder nicht? Ja auch. Wieso tanzt die Banane? what the fuck die tanzen da warum was ist das denn ich lass die einfach leben junge die kommen die geben uns wild ich hab ne flosse bekommen und ein shield fisch jetzt tanzen die wieder was falsch bei denen ja komm wir müssen jetzt aber jetzt sonst werden wir wegen dingens gebannt wegen teaming herausgekickt nein lauf das doch nicht hinterher nein wir mit den chillen dann nicht sobald er was dann auf den jenner schlicht in den gewinnen gekickt ich hab Angst er holt immer seinen pumpgang raus ja eben deswegen sag ich ja lauf ich hab mal ne lmg mit dem tauch hä wovon vom dingen ey save save die haben uns eben beim kampf zugesehen und deswegen uns das zeug gegeben was denkst du ist die gegner da oben jetzt digga keine ahnung ich hoffe die bananen schießen nicht komm mit hoch komm mit hoch nilz ich hab nur keine metz mehr ne nein wir hätten mal angepushen von hinten oh gott hä warte mal von wo wurde ich denn angesnipe von hinten von hinten nirgendwo ich hab auch nicht mehr ich hab 118 metall noch das war's nein die banane ist noch ja nils die kommen pushen ey tu mir leid banane ich muss dich schön flicken ne ganz laut teamt auf uns digga mit dem rumlaufen ja digga save pc spieler ich hab doch sogar noch vor ihm geschossen PS4 BIOS in der Stelle würde ich sagen das war's für die heutige Folge leute wenn es euch gefallen dann lasst ein like ein abo da und aktiviert die glocke auf alle benachrichtigungen um nichts mehr zu verpassen und nils ja ciao leute